Hallo, herzlich willkommen bei meinem Kanal My You Can't Me. Heute werden wir das Lied Bruder Jakob spielen. Dafür brauchen wir nur zwei Akkorde, nämlich das C und das F. Für das C wandert unser Ringfinger in den dritten Bund der Ukulele auf die erste Seite, das ist die Seite ganz unten. Für das F wandert der Mittelfinger auf den zweiten Bund der Ukulele auf die vierte Seite. Dazu setzen wir den Zeigefinger im ersten Bund der Ukulele auf die zweite Seite, das ist die zweite Seite von unten. Die Akkordfolge für Bruder Jakob wäre F, C, F, F und wieder F, C, F, F. Das zieht sich durch das ganze Lied und klingt dann so. Das lässt sich durch das ganze Lied und klingt dann so. F-C-F-F, F-C-F-F, F-C-F-F-F, F-C-F-F-F-F, F-C-F-F-F-F-F-C-F-F. Ech, Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding-Dam-Dom, Ding-Dam-Dom. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, klickt den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss!